Sie sind die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Songs wie Still Lovin' You und Wind of Change kennt die ganze Welt. Es ist an der Zeit, ihre ganze Geschichte zu erfahren. Es ist so für einen Rockstar, unmöglich in Würde zu altern, es sei denn, er hört rechtzeitig auf. Du kommst an einen Punkt, wo du einfach nicht mehr weitermachen kannst. Eine Abschiedstour macht Sinn. Wir sind vermittelt worden, auch vom Arbeitsamt Hannover. Der rief an, Herr Schenker, ich habe einen Job für Sie. In Goslar, Tennis Club. Wir haben in diesem Bandwettbewerb gespielt und der Erste bekommt einen Schallplattenvertrag. Sie hätten den Wettbewerb eigentlich gewonnen, wurden aber dann disqualifiziert, weil sie waren zu laut. Diesem Deutschsein, dem wollten wir entfliehen. Nicht genug, gar nicht. Mit der naiven Vision, eines Tages spielen wir überall in der Welt. 100.000 Russen singen für die deutsche Band eine Song mit englischen Lörern. Dass in Mambi Gorbatsch auf die Skorpion einlädte, das war vorher unvorstellbar. Also so nah kommt man an Geschichte, glaube ich, sehr selten ran. Wir sind so schnell unterwegs, unsere Seele kommt schon lange nicht an mir. Irgendwann fällt man dann auch in sich zusammen. Du kannst dich ja nie wirklich fallen lassen. Das kannst du ja dann wirklich nur zu Hause. Rock'n'Roll ist nicht nur Musik oder Lifestyle, sondern ein Lebensgefühl. Gerade jetzt in diesem Moment, wo es uns so viel Spaß macht, wo es so super läuft, ist es ehrlich gesagt eine abartige Vorstellung, das nicht mehr zu machen. Wir sind so schnell. 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 Sind sie so schnell. Wir sind so schnell. Dann wollen wir uns in der Natur arbete, wo es uns an%. Ein Termines von Kaut好好.